Manische frei heißt es zurzeit im Westpark. Hunderte Kinder und Jugendliche machen während der Pfingstferien am Programm Zirkuslust mit. Hier üben die jungen Künstler nicht nur viele Zirkusnummern ein. Tagsüber nehmen sie an den unterschiedlichsten Spiel- und Kunstaktivitäten teil. Es gibt ganz viele verschiedene Zirkusworkshops für Kinder ab sechs Jahren. Die können innerhalb von zwei, drei Stunden in einer Zirkusdisziplin ein paar Kunststücke lernen und dann um halb fünf jeden Tag in der Vorstellung aufführen. Und dann gibt es aber noch ganz viele Spielangebote auch schon für die Jüngeren und noch Älteren. Unter anderem dabei freie Spiele wie Bauglötze bauen, das Gestalten eines eigenen Bühnenbilds oder das Kochen des gemeinsamen Mittagessens. Den Kindern gefällt es. Hier muss man nicht zu Hause sich immer so langweilen. Hier hat man immer etwas zu tun. Man ist nicht halt im Zimmer und spielt irgendwas, sondern hier macht man was, was richtig Spaß macht, man langweilig nie. Zum Beispiel das Stelzenlaufen macht mir am meisten Spaß. Dass man erstens sich schminken kann und Kostüme anprobieren kann und das total aufgeregt ist. Ich war schon Clown und ich mache jetzt Bauglötze, da bauen wir was. Die Kinder haben bei den Workshops große Freiräume. Sie selbst entscheiden am Morgen, was sie den Tag über machen wollen. Oft im Gegensatz zu ihrem sonstigen Schul- und Freizeitalltag. Ich glaube, dass die Kinder am meisten lernen, wenn sie es aus eigener Motivation tun und wenn sie gestärkt werden, wenn sie ihre eigenen Talente entdecken, wenn sie nicht erfahren, das kannst du nicht, das musst du besser machen. Sondern wenn sie wirklich merken, das kann ich gut, da gehe ich weiter und aus ganz großer eigener Überzeugung lernen, dann kennen sie sich selber auch besser und wissen auch, was sie werden wollen. Die Kosten der Ganztagesbetreuung 85 Euro pro Woche. Die Stadt schießt jeweils weitere 200 Euro zu. Ab 13 Uhr stehen die Angebote dann täglich jedem kostenlos zur Verfügung. Viele ältere Jugendliche arbeiten zudem als Volontier selbst am Programm mit. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass dann oft Kinder ab zwölf Jahren, die seit Jahren dieses Programm besuchen, halt sich als Teilnehmer nicht mehr so wohlfühlen und denen bieten wir dann einen Volontierjob an. Das heißt, die gehören dann mit zum Team und übernehmen zum Beispiel die Technik. Großes Highlight, die tägliche Aufführung in der Manege. Hier können die Kinder ihre frisch erprobten Kunststücke präsentieren. Es gibt jeden Tag circa zehn verschiedene Zirkusnummern. Es gibt für die Kleineren eben, wir spielen selber Tiernummern, aber bis zu Luftnummern. Wir haben Vertikaltuch, wir haben Trapez, wir haben Zauberer. Für alle, die auch Lust haben, am Ferienprogramm mitzumachen, noch bis zum kommenden Sonntag gastieren die jungen Künstler der Zirkuslust im Westpark.